Tagesenergie, Dienstag, 26. April. Sie können eingeschlichene Fehler erkennen und alles verbessern. Reinigen und Entrümpeln schafft auch nach dem Feng Shui-Prinzip neue Energie. Vorsicht, Sie verzetteln sich heute leicht und bleiben leicht bei Arbeitsabläufen hängen. Es gibt einen starken Intensivierungstrang und pushende Energie. Denken Sie daran, dass nicht jeder mit Ihrem Tempo mithalten kann, dann vermeiden Sie Konfrontationen. Klare Entscheidungen können heute positiv getroffen werden.